Hallo schön und herzlich willkommen zurück zu Yakuza Kiwami. Wir gehen mal rein und gucken uns um. Was ist los? Do your finger under the pleasure place Kiryu-san. And to us. Impurgatory information is our product. It happens up to focus right down to us below. Okay, der Boss wartet auf mich. Wir können hier speichern. Okay, ich speichere jetzt einfach mal. Where are you? I'm just curious about this place. By Jove, man. Ah, okay, gut. That's cute. Open to VIPs. Okay, indeed it is a holiday place. Okay. Das heißt, Purgatory wird auch nochmal irgendwas spannendes werden. Ich renne jetzt erstmal durch. Und gucke mich erstmal ein bisschen um. Also, nur ich rede jetzt nicht so viel mit den Leuten. Wie geil ist das denn? Sorry, das muss man halt einfach mal sagen. Ich komm hier überall noch nicht rein. Das kommt noch. Was ist mit dir? Ah, willkommen. Betting on. Wanna put a horse into a race track between heaven and hell? I got nothing to say. Okay. If you earn such an honor, I hope to see you then. Okay, gut. Also, wir müssen hier erstmal unseren größeren Stand bekommen als VIP. Alter, wie geil ist… Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Du bist der Saai. Welche Informationen gibt es? 100 Millionen Euro. Und das ist... Yumi und Mizuki. Das sind die Schmerzen. Was ist das? Wie kostet das? Das kostet die Informationen. Das kostet die Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. 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 Vor 10 Jahren, war der Ruhige der Ruhige. Ich glaube, dass ich die Yakuza nicht mehr verletze bin. Aber ich glaube, dass ich die Ruhige bin. Ich glaube, dass ich die Ruhige, wenn ich die Ruhige, wenn ich die Ruhige bin, Untertitelung des ZDF, 2020 Up ins Colosseum würde ich sagen. Tch, du. Okay. Abfahrt würde ich sagen. Barenacken. Oh nein. Okay. Wachen wir. Yo. Ich bin ready. Natürlich bin ich ready. Ah. Okay. Ich muss... Kann ich das irgendwie... Jetzt. Okay. Also auf Assis war's. Okay. Okay. Jetzt aber. Oh, ja. Mhm. Die genießen es. feldemann okay wir erstmal auf schnell rüber you must die moin ah ja so oha okay okay probieren wir erstmal mit dem anderen Stil machen wir mal den Dragon ich bin der Dragon of Dojima und ich oh ey okay come on okay das ist das schnellste Stil den ich bieten kann kann ich was trinken ja können wir na komm her Junge oh ja jetzt ist er ein bisschen la oh sexy das kann er jetzt hat er sich eine gefangen oh wir haben 20 Punkte oder noch okay Wollen wir auch platt kommen. Ich würde schnell den Stil wechseln. Ich will ein paar Punkte vergeben. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich würde erst Buddy machen. Nach dem Spannende war ich den Schiff von der Anruhe. Werden Sie die Anruhe. Werden Sie den Schiff? Werden Sie den Schiff von der Anruhe. könnten wir noch irgendwas und noch mal unser leben aufbessern wir müssen dann wohl immer so ein bisschen gucken dann nehme ich nehme ich erst mal die hier ich nehme die erst mal außen okay passt schon okay wir müssen selber sehr schnell sein wir müssen gegen die drei unterschiedlichen typen kämpfen okay also wir müssen uns ein paar sachen einprägen ich habe zu lange angegriffen jetzt habe ich dich unter feuer wir müssen halt schnell sein naja 1,2,3 auja den habe ich gut erwischt 12,13 schön schön oh ja gary holmes der wird schwer der wird schwer wahrscheinlich hier soll ich schon kommen komm 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 Ja, Urash ist halt's. Komm her. Oh ja. Hat der keinen Bock mehr auf mich? Alter, was ist los mit dir, Junge? Stehst du noch auf? Aua. Der hatte mich erwischt. Das ist Stamina. Wir ballern uns noch ein bisschen Leben rein. Okay, komm her, Junge. Das ist wohl auf mich voll abgesehen. Na, komm her. Okay. 32, 334 Punkte. What the heck? Oh, der ist fair. Als allererstes geben wir mal die Punkte aus, die wir hier gelernt haben. Hm. Ich will ein bisschen Attack Damage boosten. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir... Okay, das bauen wir nicht so. Das wär was. Ähm... Das wär was. So, jetzt haben wir ziemlich viel Leben. Dann würde ich gerne hier weiter... Irgendwo gab's ja doch nochmal Attacke, oder? Oder war das eins weiter? Wenn du Alkohol trinkst. Okay. Ähm... Okay. Also, als allererstes machen wir mal unser Leben hoch. Was kann die schaden? Ja. Aber das war der Nisikyama, der Anführungsgericht, in der Anführungsgericht, auf der Anruf des Anruf des Anruf. Der Nisikyama hat mich nicht nur auf den Nisikyama gesehen. Der Nisikyama hat sich nicht nur an den Rettung auf den Anruf des Anruf des Anruf. Vielleicht ist es... Aber jetzt ist es eine große Herausforderung. Der 3er ist tot, aber auch noch nicht. Wenn man die 100 Millionen Euro zurückgebracht hat, wird der 4er ist. Der 3er ist nur ein Wettbewerb von Nisikyama. Der 3er ist ein Wettbewerb. Der 3er ist ein Wettbewerb. Der 4er ist ein Wettbewerb. Der 3er ist ein Wettbewerb. Was? Als der ein Wettbewerb ist, der 6er ist walter Mizzuk. Sie hat meine Mother Mizzuk, wenn sie rauskriegen. Ich habe gerade eine Wettbewerb, ich weiß nicht, dass ich nur sie nicht sein kann. Dann haben wir mit einer Mizzuk... Ein Wettbewerb. Was ist das? Was? Ich habe die Frau von Mizuki gefunden. Ich bin mit Haruka. Ich bin mit mir zusammen. Haruka? Das war es so. Ich habe eine falsche Frau von mir gefunden. Ich habe die Frau von mir gefunden. Das war Haruka. Das war die Frau von Mizuki. Was ist das? Na, ich habe die Frau gesehen, aber ich weiß, dass es die Frau von Mizuki von Mizuki von Mizuki von Mizuki ist. Ich habe keine Arbeit gemacht. Ich habe mich auf der Karte gekommen. Was ist das? Ich habe das gesehen. Ich habe die Frau von Mizuki. Die Frau von Mizuki? Ich gehe zu sehen. Ich habe die Frau von Mizuki. Was? Was zum Teufel, Alter. Der überrascht immer wieder der Dude. Das ist... was der M också gelieft 3. Das ist so��면 Granthin 4 im poder. Ich habe mich gerne gewonnen. Hier habe ich welche F-worte 5 Jahre vorz Vietnamn. Ich habe einen 50er-Kamera mit 50er-Kamera gesammelt. Ich habe eine Art von Tero-Kamera gemacht, aber ich habe keinen Sinn. Aber ich habe es wirklich mit mir gesehen. Ich habe einen 1,000er-Kamera gesammelt. Hey, ich habe einen Blick. Ja! Date? Was war das? Es ist schrecklich, was er. Der Kuss hat sich nicht alles vorgestellt. Ich muss einen anderen Film noch mal schauen. Das ist ein Date. Das ist ein Date. Ich habe mich nicht verletzt. Ich weiß, der Date, das ist ein Date. Boss, das ist ein Date vorhin. Hm? Bloß nicht Darte. Save Darte. Natürlich save ich ihn. Aber es ist schon geil, das Untergrundstatue. Schneller. Müssen sie kriegen. Okay. Darte. Darte. Die Zeltstadt mit diesem Dude. Ist so abgefahren. Da ist ein Key Locker. Ah, E4. Da bekommen wir wahrscheinlich auch coole Sachen raus. Okay. Hey, machen wir hier ganz piano Leute. Hm. 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 So ist es leider. Purgatory Residence. Tut mir leid. Hm. 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 Ich will mich gar nicht mit euch prügen Leute. Wir können auch einfach damit aufkommen. Hm. Hm. Ah. Komm her. jetzt gibt's jetzt gibt's fett aufs fressbrett du noch da hast du mit deinem wooden katana eine abbekommen ja das ist Majima hat auch seine eigene Familie. Das wird immer verrückter. Alle haben ihre eigene Familie. Okay. Bedeutet, nächster Run. Wird immer verrückter hier, ne? Ich hoffe, wir haben dann auch mal ein bisschen Ruhe, um die Stadt zu erkunden. Sachen zu... ein bisschen Geld zu verdienen und sowas, ne? Nein. Alles gut. Die Musik symbolisiert uns. Wir müssen uns beeilen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. esch現 UNSEL. Blingni. Aber Ich war auch... Bling ID. Ein她m. Bling. 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 Untertitelung des ZDF, 2020